Hallo, ich bin Moritz und ich zeige euch mal kurz, wie man sich anmeldet bei der Womser-Reklame-Auktion für das Online-Bieten. Dadurch, dass Corona-bedingt die Auktion nur online stattfinden wird, beziehungsweise auch per Telefon und Vorgebot, zeige ich euch einfach mal kurz, wie das geht. Für diejenigen, die wissen wollen, wie man sich noch anmeldet, beziehungsweise wie man Bieterformulare abgibt, und für schriftliche Vorgebote stehen, das zeige ich euch jetzt noch ganz kurz, danach starten wir mit dem Online-Bieten. Klickt einfach hier auf das Bieterformular, ganz einfach, zack, habt ihr eins, das druckt ihr aus und schickt uns dann per Mail oder Fax zu. Ausgefüllt versteht sich, bitte auch mit vollständiger Adresse und so weiter. Leider fehlen sehr oft Hausnummern oder Postleitzahlen und das müssen wir uns dann immer irgendwie zusammensuchen. Und bitte einfach vollständig ausfüllen. Wenn ihr telefonisch mitbieten wollt, gebt ihr die Position ein, dann einfach, wie das Objekt heißt. Und schreibt hier einfach ein T rein. Damit wäre das schon erfüllt, quasi. Wie gesagt, einfach per Mail oder per Fax zu schicken. Ihr findet auch alles auf dem Zettel selbst. Hier steht das ja hier oben. So, dann starten wir mal mit dem Anmelden für das Online-Bieten. Dabei seid ihr auch wieder auf reklame-auktion.de. Klickt hier unter der 25. Reklameauktion auf online-beten. Slash-Bit-Online. Einfach draufklicken. Dann kommt ihr auf diese Seite. Ja, obwohl hier oben Deutsch eingestellt ist, wird es zum Teil auf Englisch angezeigt. Warum, wissen wir nicht. Das liegt leider nicht in unserer Hand, da das quasi von der Seite Invaluable zur Verfügung gestellt wird. So, ich zeige euch jetzt dennoch, wie man auch ohne Englischkenntnisse da ganz gut durchkommt. Und zwar geht ihr einfach auf Register to Bid, quasi zum Erbieten registrieren. Hier drauf, Seite lädt und ihr findet diese Seite. Links ist einfach zum Einloggen. Dazu kommen wir später nochmal. Aber hier, we create an account. So, da gebt ihr dann einfach euren Vornamen ein, Nachnamen, E-Mail-Adresse, Passwort. Und wenn das Passwort zu einfach ist, wird das hier unten rot sein. Also bitte ein etwas komplexeres Passwort nehmen und nicht 1234 oder, weiß ich nicht, einfach euren Namen nochmal. Das wird nicht funktionieren. Deswegen bitte ein komplexeres Passwort eingeben. Und zack, kann man das machen. Und save and continue drücken. Natürlich müsst ihr hier das Passwort noch einmal bestätigen, damit ihr es nicht aus Versehen falsch eingegeben habt. Aber man kennt das ja. So, wenn ihr das gemacht habt, kommt ihr auf die nächste Seite. Die sieht dann so aus. Hier seid ihr dann, um eure Adresse anzugeben, eben auch eure Kreditkarte. Das Land findet man unter G wie Germany. Also einfach hier draufklicken, dann ein G eingeben und hier unten ist Germany. Einfach wieder eure Adresse. Die müsst ihr natürlich händisch eingeben. Ich habe eben schon mal eine Aufnahme gestartet und habe das natürlich nicht direkt hinbekommen. Deswegen sind die bei mir schon voreingegeben, diese Musteradressen hier. Hier ist das Bundesland anzugeben. Ich glaube, es geht auch als Kürzel. Aber gebt es am besten einfach komplett an. Wenn ihr aus Hessen kommt, Hessen, Berlin, Berlin und so weiter. Ja, ich würde jetzt in dem Fall Rheinland-Pfalz eingeben. So, eure Telefonnummer. Hier seht ihr meine mal kurz. Habe ich absichtlich jetzt auch erkenntlich gemacht, anders als die Adresse, da ihr mich gerne anrufen könnt. Oder beziehungsweise mir auch schreiben könnt, einfach WhatsApp oder SMS, wenn ihr Probleme damit habt, euch anzumelden. Dann geht es weiter mit der Kreditkarte. Die Kreditkarte ist nur zur Sicherheit da. Das ist nicht eure Zahlungsmethode. Kreditkarte ist dennoch bitte auszufüllen von euch. Denn alle, die keine Kreditkarte angeben, müssen von Marc manuell freigegeben werden. Wenn ihr euch nicht kennt, wird er das sehr wahrscheinlich nicht machen. Wenn ihr keine Anrufe von uns seid, die eben bekannt sind oder weiß ich nicht. Ihr euch mit einem anderen Namen angemeldet habt. Dann kann es sehr gut sein, dass Marc euch da nicht freigibt, ihr dann dadurch nicht mitbieten könnt. Des Weiteren, wenn man keine Kreditkarte angibt und erst freigeschaltet werden muss, muss man warten, bis der Marc einen freigeschaltet hat. Muss ich dann ausloggen, dann wieder einloggen und erst dann kann man bieten. Man kann nicht einfach eingeloggt bleiben. Deswegen, das ist sehr, sehr umständlich. Gebt einfach eine Karte an, die ist nur zur Sicherheit. Ihr könnt dann immer noch bar zahlen, ihr könnt immer noch per Überweisung zahlen. Das ist gar kein Problem. Ja, bei manchen steht das hier auf Englisch. Ich weiß jetzt nicht, worum es bei mir auf Deutsch steht. Umso besser, Monat, Jahr, CVN, sollte auch jedem bekannt sein. Dann die dreistellige Nummer auf der Rückseite der Kreditkarte, euren Namen auf der Karte und hier oben natürlich die Kartennummer. Dann haben wir hier den Haken, Billing Address is same as Shipping Address. Das heißt, die Rechnungsadresse ist die gleiche wie die Versandadresse. Wenn ihr den Haken weg macht, könnt ihr nochmal eine eigene Rechnungsadresse eingeben. Also wenn ihr, was weiß ich, die Rechnung auf die Firma haben wollt, aber die schildert gerne nach Hause, warum auch immer. Dann könnt ihr hier noch eine zweite Adresse angeben. Könnt uns aber auch im Nachhinein eine andere Versandadresse gerne zusenden. Deswegen, ihr könnt den Haken auch einfach drin lassen. Dann ist das hier quasi als Versand- und Rechnungsadresse gegeben. Dann bitte noch den AGBs zustimmen, indem ihr hier einmal auf das weiße Kästchen klickt, sodass der blaue Haken erscheint. Dann drückt ihr auf Register. Wenn ihr das gemacht habt, kriegt ihr eine E-Mail, beziehungsweise kriegt ihr vorher schon bei dem Screen davor. Aber wenn ihr das gemacht habt, kommt ihr auf diese Seite. Dann seid ihr eingeloggt. Wenn ihr eingeloggt seid, könnt ihr auf, also das steht dann hier oben, mein Konto oder my Account oder so irgendwas. Dann könnt ihr hier auf Explore Auction gehen und werdet weitergeleitet auf diese Seite. Diese Seite, die meisten von euch kennen das schon, auch wenn sie noch nicht gemeldet waren. Hier sind unsere ganzenlose inklusive Detailbilder und Beschreibungen. Man kann sich auch mehr pro Seite anzeigen lassen. So, wenn ihr jetzt bieten wollt, geht ihr einfach auf irgendein Los. Achso, was ich vorher noch sagen wollte, wenn ihr auf das Herz klickt, könnt ihr euch das Los immer markieren. Klickt auf das Herz. Das geht mir nicht, weiß ich nicht. Geht auf das Herz, dann wird es euch markieren. Ihr könnt das später leichter wieder abrufen. Wenn ihr jetzt bieten wollt, dann gebt hier euer Höchstgebot ein. Eben seht ihr die ganzen Detailbilder. Im Gesamt sind das knapp 4.000 Bilder. Wie gesagt, hier gebt ihr dann euer Höchstgebot ein und drückt dann auf Leave Bid. Wie auch beim schriftlichen Gebot ist das Höchstgebot. Heißt nicht, dass ihr auch unbedingt zu diesem Gebot den Zuschlag bekommt. Also, wenn niemand anderes höher geboten hat. Wenn jetzt der letzte hier 5.000 bieten würde, ihr bietet 6.000, dann kriegt ihr es trotzdem für 5.5. normalen 10% gelten. Hier unten habt ihr ganz normal die deutsche Beschreibung, die ihr aus dem Katalog kennt und auch die E-Mail. Könnt ihr auch gern wieder zurückgehen und euch alles weiter angucken und weiter. Wie auch immer. Am Tag der Auktion selbst wird alles live ablaufen. Das heißt, ihr werdet den Mark sehen können, ihr werdet die Schilder vorgezeigt bekommen, ihr werdet den Mark hören können und es wird live geboten. Ihr habt dann eine Schaltfläche live mitbieten zu können. Ihr kriegt angezeigt, wo das Gebot gerade steht, was der nächste Schritt wäre. Und ja, ich wünsche euch viel Glück, viel Erfolg, viel Spaß und ich hoffe, dass auch für euch der Samstag ein schöner wird, auch trotz der ganzen Umstände, die man eben jetzt durch die Corona-Regeln hat. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Bis dann. Bis dann.